Es ist jetzt viel zu früh am Morgen. Ich hab gar keinen Bock. Halb acht. Jetzt geht's nach Mannheim. Jo Freunde, wir sind jetzt im Studio. Und wie ihr sicherlich hört, nehmen wir gerade auf. Kommt doch mit! Ich hab grad für dreieinhalbtausend Euro Laptop bestellt. Echt schwierig. Es geht los! Ich bin glücklich und erleichtert vom viel Geld, was mir jetzt bald fehlen wird. Das ich einfach weggeben werde. Scheiße. So Leute, wir haben 16.15 Uhr und ich bin auch mal dran, weil der Max den ganzen Tag gespielt hat und dich da fast am Schlafen war. Ich wollte auch endlich mehr spielen und jetzt bin ich endlich dran und kann herausgefordert werden. Spielst du schon länger, was? Du bist gemeint! Seit vorgestern. So Leute, wir sind jetzt beim Hotel angekommen. Tag One ist hinter uns jetzt. Und wir schauen mal, wie das Hotel so aussieht, ne? Und wie gut wir heute Abend schlafen werden. Moin! Moin! Auch hier? Ja, was geht? Alles fit? Ja und selbst? Immer doch! Muss sein, muss sein. Digga, wir haben eine Küche hier. Digga, wie groß hier! Ah, wie cool! Crazy! Wir haben endlich normale Betten. Du musst hier auf dem Boden finden. Cool! Hier gibt's Gummibärchen! Oh, nicht alle auf! Cool, was sagst du, Max, dazu? Cool! Ja? Findest du gut hier? Was sagst du zum Bad? Zum Bad? Oh mein Gott! Das rasiert. Haha, du meinst das Bad, ne? Warte, ich krieg dann einen Anruf vom Lukas. Ja. Welche Tür? 19? Mach ich auf! Ach, die scheiß Tür auf! Was ist das denn? Habe es selber geschnitten? Wie sagt ihr? Besser als wie so ein ... zu rum zu laufen. Abo! Wir gucken erst mal eine Runde Wetten, dass, oder? Nein, nein, nein! Das war jeden Freitagabend! Tuse! Okay, die ersten beiden, die halt gewinnen dann, ne? Ah! Okay! Fickt euch! Yeah! Scheiße! Jungs, wenn ich mal eine Villa hab, dann hab ich so einen Thron hier in mein Zimmer. Du hast aber so einen Hund gehabt. Und mit der, mit der Kante hier! Held vergessen! Oh, Digga! Ist das so ein Geil? Trolli-Alarm! Guck mal, die haben uns sogar eine Spiegel gemacht worden! Digga, die haben uns einen Trolli hier gelassen! Nein! Sie ist Trolli! Ein Jahr später! Angela! Mein Freund, mein Freund! Wie geht es uns? Ah, ja! Das haben wir uns gesehen haben! Englisch! You understand me? Angela, are you the best? Goodbye! And, love you! Love you! Ich hab einen Salat, was ich heute Nacht essen werde! Ich schopp, ich schopp! Digga, du gehst mit deinem Kopf immer so nah an die Kamera! Ja! Und gehst mit der Kamera bei anderen immer so nah an den Kopf! Also, jetzt reinziehen! Strom ausvoll! Alter, das blieb es hier! Ah, ne, weil ich Mikrowelle! Was bist du hier? Haben wir mal gelacht, ey! Guten Morgen! So Freunde! Nächster Tag! Und heute werden Vocals aufgenommen! Alle sind motiviert! Wir haben jetzt 8 Uhr! So, auf geht's, Thomas! Und jetzt geht's los! Schmeckt's? Und dann geht's los! Ja! Wir gehen jetzt los! Oh also, wir gehen jetzt los! So, wir sehen uns bei uns! Outside Geschafft, Vocals sind fertig, Song wird richtig geil Lukas ist motiviert Ungefähr, wie lange haben wir aufgenommen? 6 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden So Freunde, wir sind jetzt aus dem Studio raus und fahren gleich nach Hause